Okay Leute, ähm, willkommen zu einem etwas anderen Video. Und ja, ähm, von mir. Und in diesem Video geht es grundsätzlich um mein Let's Play zu Pokémon Vice Edition, ihr ja hier auf dem Bild auch gut sehen könnt. Und, ähm, ja, der, ähm, Rom Downloads kommt ja mal, einen Tag vor dem normalen Release des, ähm, Spiels raus. Und ja, bekanntlich, ähm, sind ja, ähm, Black & White in Europa am 4. März, ähm, erschienen. Oder werden noch am 4. März erscheinen. Und ja, da ja heute der 3. ist, ist also der Download eigentlich schon verfügbar. Und ja, es tut mir wirklich unglaublich leid, ich hätte das Let's Play gerne heute schon gestartet. Aber ja, das Problem ist erstmal, dass ich keine Roms gefunden habe. Äh, ich habe auf Google und alles gesucht und probiert, aber ich habe nichts gefunden, alles mal gepatcht und so. Und das will ich eben auch nicht. Und, ähm, ja, also, auf Romfreaks, meine Seite, wo ich eben mir alles mal runterlade, lieber schon, habe ich ja auch in meinem Tutorial gezeigt und, ähm, ja, da gab es eben nur die französische Rom und eben die englische Rom für Großbritannien. Da ja die, ähm, Rom für die USA erst, oder das Spiel in den USA erst im 6. März rauskommt. Also, die Rom am 5. März. Und ja, also ist das englische Spiel für die, für Großbritannien, also für Europa. Und ja, das habe ich eben probiert, aber, das hat rumgespackt mit dem Entpacken. Hat das irgendwie nicht ganz funktioniert, da kam immer so eine Fehlermeldung und, ja. Also, es tut mir wirklich leid, Leute, ich werde es in den nächsten Tagen nochmal probieren, mir das Spiel runterzuladen und zu entpacken. Und ja, mal schauen, ob es dann die deutsche Rom geben wird. Wenn ja, werde ich das Let's Play natürlich gerne starten. Wenn nein, ähm, muss ich eben noch etwas warten. Oder eben dann doch das englisch gepatchte Spiel starten oder einfach später anfangen. Und ja, so Civa habe ich schon bis Part 80 vorgedreht, glaube ich. Und ja, davon werden natürlich auch weiterhin Part kommen. Ähm, und ja, also, es kann sogar möglich sein, dass ich erst nächste Woche mit dem Projekt anfange, wenn ich bis dahin keine Rom gefunden habe. Also, wenn ich keine Deutsche finde, zurückke ich es eben auf Englisch. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wenn ich mir eben dann das OS-Spiel runterlade, wenn ich das Deutsche nicht finde. Und ja, Leute, das war es auch eigentlich schon, ähm, ja. Also, es geht mir zu Civa ganz normal weiter. Und den Markt habe ich ja, wie ich ja auf meinem Channel schon geschrieben habe, pausiert. Und, ähm, ja. Dann kommt eben auch das Let's Play von Pokémon-Weiße Edition. Wenn ich hier rum habe. Ja. Bis dann. Wir sind jetzt beim nächsten Mal. Und ja, Leute. Ciao. Ciao.